Das ist die Tour de France hier, ja? Meine Damen und Herren, wir haben einen Jubel! Ich will bouger, Madame. Ich will bouger. So, jetzt habt ihr noch mal eine echte Königspaar gesehen. Ja, nicht durch die Märchen gibt's, die gibt's trinken in Europa. Sehr schön. Alles klar? Sehr schön. Das ist die Laura. Und das ist Herr Hühner. Das ist der Vorsitzende des Flaming Flammbandvereins. Wir machen das jetzt mal so. Jubel! 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 Von wo kommt ihr? Vom Petitplatz. Dieser Petitplatz, genau. So, wir sind jetzt hier extra angereist, um das Königspaar zu sehen. Und das haben wir auch gesehen, freuen uns. Hallo! 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 Das ist der Herzenswiss von meiner Schlüssel. Hat diese Thesentür neu gestalten lassen? Es steht auf der Grabstätte, dass er 63 Jahre alt wurde. Wer als sprach- und philosophisch gelehrt war, Luther unterstützt man. Wir sind in Brüte, wir sind in Belgien und da gibt es einen Punkt von drei Gästen. Wir haben Erasmusbrüte. Ich kann so mit Bulle laufen. Weg jetzt! Welches König ist ein Arme, wo uns aus Tobias und der Regierung wird gleich gelebt haben? Ja, das ist ein Küche, Kai. Aber wo ist eine Küche, die ich glaube? Sehr jung. Oh mein Gott, ich mache meine Hand nie wieder. Ich mache meine Hand auch nie wieder. Und wie war das jetzt für euch, die Königin zu treffen? Voll schön. Ich mache nie wieder meine rechte Hand. Ich mache auch nie wieder meine Hand. Als hätte ich die Königin und den König an meiner Hand. Und von wo kommt ihr? Von einem Burg Sachsen. Und wie habt ihr davon erfahren? Wir sind eigentlich ganz zufrieden. Ich habe die Polizisten und so gesehen. Ja! Amen! Amen.